Mit Kisomba Tanzlehrer jetzt starten. Hier geht es um deinen Kisomba Tanzerfolg, also darum, dass du Kisomba tanzen nennst und das ganz bequem bei dir zu Hause in deinen eigenen Verwenden ohne viel Mühe und Aufwand. Ich komme zu dir und sorge dafür, dass du Kisomba tanzen kannst. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sian, Sian Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen. Denn hier geht es also um deinen Kisomba Tanzerfolg und das ganz bequem bei dir zu Hause. Wenn es für dich in Frage kommt, über mich, dem ALETV, IHK, World Dance, Consult, Büde-Siegel, ausgebildeten Privatransferer Kisomba Privatstunden für dich zu beanspruchen, wenn das für dich interessant ist, dann der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder über die Nummer 0176 18 044 661.